Ich werde hier also einen einfachen Stärketest durchführen. Ken ist schwach, richtig? Oh, in Ordnung. Nun wird Bella den Fund reinnehmen und einschalten. Gut. Und sie wird jetzt dieses Licht aufleuchten lassen und machen wir wieder einen Stärketest. Stark. Also was haben wir hier gemacht? Wir haben den Fund 3 genommen und dem Körper Energie zugeführt, was eine starke Wirkung und Verbesserung auf den Körper hat. Einfach, indem du den Fund 3 auf den Körper gerichtet hast. Hallo, mein Name ist Dr. Scott Dementi. Ich bin seit über 24 Jahren ein lizenzierter Chirumpraktiker. Ich bin auch für Muskeltests hier im Bundesstaat Florida zertifiziert und übe dies seit über 13 Jahren aus. Meine Aufgabe ist es, die Bedürfnisse des Körpers in Bezug auf die Ernährung herauszufinden und dem Körper wie in seinem normalen, heilungsfähigen Zustand zu verhelfen. Mein Name ist Ken Abrahamson. Ich bin Massagetherapeut hier in Florida. Ich habe Zertifikierungen in Bereichen kraniosakrale Osteopathie, Körperhaltung, Behandlung von Gesichtsnerven und dem Nervensystem, Mikropunktstimulation und anderen Energieanwendungen. Ich habe Zertifikierungen in Bereichen kraniosakrale Osteopathie, Körperhaltung, Behandlung von Gesichtsnerven und dem Körperhaltung, Behandlung von Gesichtsnerven. Ich habe Zertifikierungen in Bereichen kraniosakrale Osteopathie, Körperhaltung, Behandlung von Gesichtsnerven und dem Körperhaltung, Behandlung von Gesichtsnerven.